Herzlich Willkommen bei TipTopTube zu diesem neuen Video. Wir haben heute was vor, was wir noch nie gemacht haben. Aber ich glaube, es könnte richtig geil werden. Was machen wir heute? Papas Idee. Fernseh gucken, das kann ich danach machen. Streichen. Was streichen gehen? Bretter. Kannst du uns oben ein paar schwarze Stellen abnehmen? Kann ich auch machen. Perfekt. Esch, was hast du heute noch so schönes vor? Mein PCIe machen. Haie machen? Hast du Schrott oder was? Alles klar. Kauf dir einen neuen. Auf jeden Fall, heute machen wir Wer bin ich? Hat er das vorhin schon mal gespielt? Nein. Ich kenn das gar nicht. Ich kenn es noch aus der Schule tatsächlich. Und selbst da hab ich es nie freiwillig gespielt. War meine Idee? Ja. Du hast die Idee gehabt. Ich hab das irgendwo mal gehört. Kurze Erklärung. Jeder hat gleich einen Namen auf der Stirn. Wir fangen an. Wollen wir erstmal überlegen, was Ash für einen Namen kriegt? Okay. Also du, am besten Augen zu schonmal, damit wir safe sind, dass du es nicht liest. Ohren zu. Ja, macht Ohren zu und Augen zu. Hat jemand eine erste Vermutung direkt, was wir für ihn nehmen können? Nicht laut sagen. Ja. Nein. Du musst schon... Du bist doch viel besser. Ähm. Nein, nein, nein. Das kann man nicht machen, oder? Muss schon Person, Mensch, Figur sein. Nein. Nein. Ist doch eine Figur. Ich nehme jetzt Papas Vorschlag. Nein, doch. Was ist denn so ein Vorschlag? Wollen wir Papas nehmen? Ja. Ja. Digga. Ja, ist okay. Wir brauchen es nicht mehr. Nein, nein, ist okay. Nicht gucken, aber wir reden nicht mehr. Du kannst... Ne? Also for real, ich weiß nicht, ob dieser Vorschlag... ...gerechnet fertig ist. Ähm. Ja. Ja. Wie bestimmt spielen wir das alles voll freiges Spiel. Ja. Scheiße, jetzt... Also jetzt weiß ich, dass es komisch werden kann. Wir finden das viel lustiger. Jetzt weiß ich, dass es komisch werden kann. Warte. Vor allem in die Haare kleben. Das geben wir Ash. Eigentlich hat man doch immer Personen, oder? Kann er das eigentlich selber lesen gleich? Hier, von der Kamera. Kannst du die Augen ganz kurz hochkleben, deine Stirn? Die Stirn? Ihr müsst gleich Dings nehmen. Nur nicht in die Haare kleben. Doch, in die Haare, klar. In die Haare? Auf die Haare, egal. Ist das klappt hier? Einfach so. Ja, passt doch, passt, passt, passt. Passt doch, ihr könnt es nicht lesen. Okay. So, Mama, du bist dran. Nicht lesen! So. Wir fahren damit nicht lesen. So, du. Ich hab mir die Augen zu, bitte. Könnt ihr noch jemanden sagen? Ja, kennt ihr noch jemanden? Ja, ja. Ich kann losgewerden. Ich muss ja lachen. Ich hab ne Idee, Baba. Ja, kannst du gleich sagen. Das ist Mama. Das ist Mama. Kannst du die Ohren freilassen? Aber Augen nicht aufmachen. Nein, nein. Wieso habt ihr alle so gelacht? Du hast verfahren. Das ist ein lustiges Video. Okay, du hast eine Idee für Papa, ne? Das soll halten? Ja, das hält schon irgendwie. Was war der Vorschau für Papa? Was? Was? Ich höre das. Was gehört? Das Lachen. Das Lachen hört er nur. Wird ihr fertig? Nein. Okay, also... Das ist Papa. Passt doch, oder? Passt doch! Ey, Olaf, nichts. Was? Nichts. Nein, nein, nein. Das ist besser. Wir müssen nachher auch Fragen drüber brauchen, ne? Ich habe gedacht. Das müsst ihr für mich irgendwas macht. Nichts! Okay. Also verdienst du. Ich trete jetzt einfach leise. Ich habe kein Pro subtle periodiert man machen. Was? Kann ich mich antippen, wenn ich Ohren freimachen kann? Jaaaa! Aber, man macht bitte nicht zu schwer, okay? Ich bin schon müde Ja Was machst du erst mal sagen? Blablablablabla Ich bin so gespannt, es kann richtig random heute werden Doch Ihr tippt mich schon noch mal an? Warum überlegt er mir so lange? Warte. Es ist eine gute Idee. Von mir könnt ihr ja was einfaches nehmen. Ja, ja, wir haben ganz einfach. Das heißt ja nicht mehr so. Na ja, aber dann... Ich bin voll oldschool, ne? Das ist eigentlich nicht mehr so. Habt ihr was? Ja, wir müssen aber kurz zeigen. Ey, den Bildschirm sehen wir gar nicht mehr. Könnt ihr mich antippen, wenn ihr was habt, und ich meine Ohren freimachen kann? Du kannst die Ohren freilassen. Was? Du kannst die Ohren freimachen. Du kannst die Ohren freimachen. Ja, okay. Erstrichst du mal die Kamera auf? Wie? Wieso soll ich sehen? Hab ich das schon? Ich hab ein Bildschirm aus der Händen. Hab ich das? Ist doch richtig. Ja, damit wir nicht alle lesen können. Wir sollen doch nicht lesen, was da steht. Ach so, wobei sie ihn nicht aufnimmt. Hä? Siehst du den Rückpunkt? No risk, no fun oder was? Siehst du den Rückpunkt? Kann ich meine Augen aufmachen? Ja, kannst du. Ja, wo der Punkt ist so. Ja, na gut. Okay. Das ist so lustig, weil... Man kann das mit dem eigentlich richtig lesen, man muss den Kopffluss hin runterhalten. Habt ihr auch die Kamera gezeigt? Ja. Haben wir? Das bin ich. Hast du das nicht gemacht? Nee, ich hab das geklebt. Also... Das bin ich. Das... Der Zettel ist... Was? Der Zettel ist nach vorne und nach hinten gekippt. Ach so. Soll ich nochmal zeigen? Ja. Alter. Das bin ich. Kann man das jetzt lesen? Ja. Okay. Also. Ash, fang an. Erste Frage. Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Ja oder andere Fragen müssen es sein. Bin ich ein Junge? Ist schwierig zu sagen. Was soll das denn heißen? Bin ich ein Mensch? Nein. Mach mal. Das war eine gute Frage. Genau. Bin ich eine Frau? Ja. Okay. Wenn du bist nochmal dran jetzt. Bin ich eine YouTuberin? Ja, ne? Ja, schon. Oder war die noch? Ja, also... Ja. Grundsätzlich kennt man sie. Kenn ich sie. Ja. Ja, klar. Hä, wieso sind noch zwei Fragen? Ach so, ne? Wenn man ja Antwort bekommt, darfst du weiter fragen. So lange, bis man nein bekommt. Ist sie noch aktuell auf YouTube tätig? Keine Ahnung. Ja, glaub schon. Wissen wir nicht. Müsste. Sagen wir ja. Sagen wir ja. Doch, doch. Schon eigentlich. Sie ist auf jeden Fall noch online präsent. Okay. Ist sie blond? Schwierig zu sagen, so gut weiß ich nicht. Also, natürlich weiß ich jetzt nicht. Mal so, mal so würde ich mal grob behaupten. Mal so, mal so. Kann ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Nein, nicht zuvor. Nein, sagen wir nein. Ich würde sagen ja. Ja? Nein. Wann hast du dir das letzte Mal gesehen? Vor drei Jahren? Vor wen? Fünf Jahren. Nein, es waren nein. Das sind zu viele Infos, jetzt weiter. Ja, okay. Darf ich weiter fragen? Nein, mach was dran. Mach was dran. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Ich habe eine große Frage. Bin ich Berlin? Ja. Kann ich singen? Ja. 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 Ja, okay. Bin ich alt? Ja. Papa hat das Spiel durchgespielt. Bin ich Herbert Grönemeyer? Nein. Wer ist das? Wer ist das? Der mochte er früher. Man muss auch daran denken, dass wir die Person auch kennen, sonst hätten wir den auf den Stirn gespielt. Okay, kann ich nochmal? Nein. Bin ich ein Lebewesen? Ja. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich weiblich? Nein. Oh, schade. Ja, aber du hast mich nochmal gefragt. Ja, jetzt musst du mir. Haha. Was soll ich jetzt mal mitschreiben sollen? Äh. Soll ich dich fragen? Ob du ein Mensch warst? Ich bin kein Mensch, ne? Nein. Ich würde gerne was zuerst Aufschrift kommentieren, aber... Bin ich ein Hund? Nein. Mama. Habe ich Kinder? Oder hat diese Frau Kinder? Nein. Hast du das genau? Nein, aber ich glaube nicht. Es ist nicht online, nicht öffentlich. Nein. Okay. Mach ich noch aktuell Musik? Ähm... Ich glaube nicht. Ich würde sagen nein. Nein. Tatsächlich nicht, glaube ich. Also nichts gehört. Also bin ich ein Mann? Ja. Ja. Bin ich unter 30? Ja. Unter 20? Nein. Okay. Oder? Nein, nein. Okay. Ash? Bin ich ein Tier? Nein. Nein. Du warst auch kein Hund. Hä? Nein, das hat der Allgemeiner gefragt. Ach so. Alles gut. Allgemeine Frage, also gut. Ja, genau. Mama. Äh... Lebe ich in Deutschland? Ja, doch schon. Okay. Okay. Ja, das ist die Frage. So krass. Ich hätte auch was Ehrenloses gemacht. Das ist was Ehrenloses. Also ich würde sagen... Ich hätte auch was Ehrenloses, was ich frage. Ich weiß, was ich frage. Also was du fragen würdest. Äh, habe ich einen Mann? Äh, ich... Nein. Weiß man nicht. Nein. Glaub nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin schon öffentlich mit... Ja, stopp, du darfst es nicht mal falsch sagen. Also, ich bin ein Musiker, ich bin alt. Und ich mache aktuell keine Musik mehr. Mhm. Und du kennst den. Und du... Hörst du den auch? Also hörst du mich? Soll ich das jetzt als offizielle Frage beantworten? Ja. Nö. Also hört dich anders formuliert. Nö, 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 Frage ist Frage. Oh, gut. Nein, höre ich nicht. Ähm, hä? Oh, nee, du bist dran. Wenn du über das Redest denkst du auf das Spiel. Okay, also. Äh, ich bin irgendwann zwischen 20 und 30 Jahren alt. Mach ich YouTube? Ja. Ja. Zock ich? Ja. Ja. Livestream ich? Ja. 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 Okay. Ja. Schon. Ja. Aktuell weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber ich denke mal. Oh Gott. Ähm. Mache ich TikTok? Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich... Okay. Oh mein Gott. Äh. Äh. Habe ich ein eigenes Produkt? Nee. Doch. Natürlich. Doch. Doch, 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 doch. Okay. Ihr beide wisst es auch. Hm. Also kennen ihn auch. Ich kenn ihn gar nicht. Spiele ich manchmal auf YouTube Minecraft? Ja. Ja. Ja, komm. Laser Luca. Ja. Sicher. Sicher. Ja egal. Das ist krass. Du bist jetzt raus und wir müssen weitermachen. Ja, ich hab gewonnen. Das ist krass. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ey, das war also... Das ist krass. Krass. Aber ich dachte, ich könnte ja nicht gucken, was ich bin. Ja. Ich will auch wissen, wer ich bin. Esch. Mach weiter. Bin ich einem technischer Gegenstand? Nein. Nein. Was ist das denn? Scheiße. Ja, bist du nicht. Ich dachte, du sagst, ich wollte doch schon ein kaputter PC oder so. Ehrenlos. Also es ist ehrenlos, ja, aber... Muss ich weiter hervortasten. Mama, weiter geht's. Habe ich irgendein Produkt? Ja. Sind das Nüsse, Müsli, Schokolade? So was? Nein. Okay. Papa? Ähm... Warum bitte jetzt nicht fragen, ob er es dich hört, okay? Ich hätte es schon ein gesagt. Achso, okay. Also ich wäre noch nicht. Ähm... Bin ich ein Einzelsänger? Oder bin ich auch eine Band? Ähm... Das weiß ich nicht. Ne, keine Band. Das war eine Oder-Frage. Wie? Verboten muss ich jetzt den nächsten Tag? Muss ich ja oder nein fragen? Achso. Mama hat jetzt trotzdem schon geantwortet auf Band. Wenn ich frage, bin ich ein Einzelsänger und du weißt nicht wie, dann muss ich die Frage noch mal ein bisschen ergänzen. Aber eigentlich... Aber nicht so eine Oder-Frage. Okay, frag nochmal. Nein, eigentlich für sie jetzt möchte ich es dann. Bin... Was? Mach mal eine Frage. Eine Frage. Okay. Ähm... Komm ich aus Deutschland? Ja. Oh shit. Jetzt müssen wir nochmal dran schauen. Sing ich auch Deutsch? Ja. Aber auch also... Ja. Also überwiegend. Hä? Hä? Nee, stimmt. Nein, das ist nicht Deutsch. Wir sind nicht Deutsch. Nein. Äsch du es. Bin ich in Deutschland? Was? Du bist überall. Ich kiebs auf der ganzen Welt. Das war ein Nein. Also ein Ja. Was war noch eine Frage? Ich kenne dich. Bist weltweit bekannt? Du bist aber kein Mensch und kein Tier. Bin ich... Ja? Was willst du fragen? Bin ich so eine App oder so? Nein. Du hast gefragt, ob du etwas Technisches bist. Nein. Also eine App bist du auch nicht. So, äh... Habe ich mein eigenes Parfüm? Äh... Nein. Aber ich habe ihn eigentlich verlobt. Ja. Hast du aber nein. Papa? Papa? Habe ich schon gefragt, ob ich den kenne? Ob ich mich kenne? Kenne ich mich? Ja. Kenne ich mich auch? Ja. Gucke ich es ja auch? Du bist nicht dran. Das war mein letzter Stand. Das war mein letzter Stand. Ja, aber das ist voll fair. Du bist alt. Bist männlich. Udo Lettenberg. Nein. Nein. Es sind ja deutsch. Es sind ja deutsch. Ash, du bist dran. Was soll denn das sein? Du bist keine App. Du bist kein technischer Gegenstand. Du bist weltweit bekannt. Und kein Mensch und kein Tier. Was gibt's? Was rattert in deinem Kopf so? Ich habe gefühlt nicht die Namen. Komm, du hast zwei Fragen gestellt. Hast du irgendwas in deinem Kopf, was du dich gerade fragst? Was zu dem Gegenstand? Hey, komm. Irgendwas. Was kommt deinem Gegenstand? Ja. Ja. Schon. Ein Gegenstand. Ja, du musst schon ein bisschen... Also, was heißt... Was ist für dich ein Gegenstand? Bin ich etwas, was man in dir annehmen kann? Ja. Ja. Bin ich eine Wave? Nein. Nein, bist du nicht. Nein, nein. Nein, bist du nicht. Äh, so. Äh, bin ich zwischen 20 und 30? Ja. Hä? Lebe ich in Deutschland? Ja. Ja. Ähm. Rede ich auch Deutsch? Ja. Rede ich auch Englisch? Ja. Nein. Ja, doch. Ja, du kannst Englisch, ja. Bin ich eben Topmodel? Nö. Okay, du bist dran. Mir geht's so wie Ash. Ja, mir geht's auch so. Welche Namen fallen denn? Sag mir einfach mal ohne... Die beiden, die ich gesagt hab. Ohne was zu... Alt, Deutsch, Sing, Nicht-Deutsch... Nenn einfach ein paar Namen und wir sagen, ob der dabei ist. Bei euch macht's halt Sinn, wenn wir nicht. Ja, bei mir macht's auch keinen Sinn. Kennt die? Ja. Ich kenn die nicht. Kennt Ash mich auch? Ja. Ich kenn das auch nicht. Doch, das kennst du. Ihr kennt mich alle. Wenn denn noch ein paar Namen in den Kopf kommen. Oh mein Gott, ich weiß es. Mal als Vergleich. Mach mal. Was für Namen fallen dir ein? Wer alt ist, singt, in Deutschland lebt, aber nicht auf Deutsch singt. Und vor allem nicht mehr singt. Ja, und vor allem... Wer ist da alt? Lebe ich noch? Ja. Ja, du lebst noch. Sollen wir gleich eine Tipprunde machen? Ja. Eine Tipprunde? Weil ich kenn sie nicht. Definitiv nicht. Fangen wir mit dir bei mir an? Habe ich mal einen European Song Contest... Boah, das frisst du nicht. Was ist das für eine Frage? Das frisst du nicht. Habe ich lange Haare? Nein. Guck mal, Tipprunde jetzt. Ja. Ash? Ist das zu viel, wenn man sagt... Ne, das ist gut, hab ich auch schon überlegt. Man kann nicht essen. Hammer! Hammer! Du machst Musik mittlerweile. Nicht mehr aktuell YouTube. Nicht mehr so viel. Das hat dir gar nicht geholfen. Ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Papa, man kennt dich auch aus dem Fernsehen. Das hat mir auch nicht so viel geholfen. Das war gar nicht gut. Aber darf ich kurz deinen Namen gleich sagen? Warte, man kennt dich... Darf ich einen Sender sagen? Darf ich einen Sender bei dir? Ja, genau. Man kennt dich von einer Show. Dann weiß er das. Von einer Show. Dann weiß er das. Hä? Man kennt dich von einer Musikshow. Du bist bekannt für eine bekannte Musikshow. Du sitzt in einer... Oh, das weiß ich. Oh, das war zu viel. Das war zu viel. Oh mein Gott. Okay, Ash, du bist dran. Keine Ahnung. Fragen. Bin ich was zu essen? Ich glaube, ich weiß... Hast du noch keine Ahnung? Hast du noch keine Ahnung? Ja, das vergessen schon. Bin ich was Süßes? Ja. Schon? Aber nicht in dem Sinne, wie du denkst wahrscheinlich. Nicht mehr Zucker. Also es ist ohne Zucker. Also das ist jetzt nichts, was du... Du bist kein Haribo oder so. Vielleicht Fruchtzucker. Also nur Fruchtzucker. Ey, das war jetzt gerade der Stiertipp. Ja, aber das muss doch immer noch vorangehen hier. Ja, okay. Fruchtzucker ist in dir drin. Alles mal ehrlich. Bin ich Apfel? Nein. Aber du hast noch ein paar Obstsarten, die du weiterfragen kannst. Machen wir mal, was denkst du? Bin ich Julia Beauty X? Äh, nee. Hä? Ja, aber die singt doch jetzt. Aber die macht doch die YouTube. Aber ich weiß jetzt endlich, was ich denn... Wer bist du? Tieter Polen. Yeah! Toll! Kann ich bitte noch mehr Tipps haben? Kannst du deinen Zettel abnehmen? Ash, was denkst du? Ähm... Nein, nicht lesen, Digga. Ich will auch lesen. Kann ich nicht lesen. Komm, noch mal eine Hilfsrunde. Rutschig Gelb. Oh! Das weiß er gleich. Rutschig Gelb. Man kann mich essen. Was tippt sich? Jeder Mario Kartspieler hasst dich. Banane. Yeah! Wow, was geil! So, nämlich bei mir ist die Letzte. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Wer bin ich? Eine Banane. Du sollst einmal halbnackt durchs Bild. Und ich guck die. Nein! Du kennst die! Das heißt nicht, dass du die guckst. Wer läuft denn halbnackt bei mir? Ist er auch ein paar Jahre rausgezogen? Ja, ich hab mir auch drei Jahre dran gewesen. Ich bin nicht Krasowitsch. Ja! Nein! Die wär' ich auch nie drauf gekommen. Aber du kennst die ja doch scheinbar. Ja. Ich wär' auf den auch nicht gekommen, ja. Also, ich würd' sagen, wir haben's alle mehr oder weniger gut geschafft. Banane. Sollen wir's auch Samar machen? Kommentiert. Das ist krass. Runde 2. Das hätt' ich niemals gedacht. Ich würd' sagen, Leute, lasst dir einfach gerne einen Daumen nach oben. Dann schreibt mir einfach, was wir uns Samar machen sollen. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich fand das lustig. Ich fand's auch geil. Hat's Spaß gemacht? Nee, ich glaub er singt nicht mehr. Also er bringt keinen neuen Lied raus. Er ist in der Rente. Also den... In Rente? In Rente. In der Rente. Okay. Ciao. Ciao.